Fahrradfahren ist innen. Wir haben immer mehr Fahrradfahrer in ganz Bayern. Das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, die ich seit vielen Jahren unterstütze. Und da ist es wichtig, dass auch die Polizei mit diesem Verkehrsmittel unterwegs ist. Es sind über 800 Kolleginnen und Kollegen der Polizei auf dem Fahrrad unterwegs. Wir verstärken aber auch die Kontrollen des Kfz-Verkehrs im Hinblick darauf Abstand halten oder andere Fragen der Rücksichtnahme auf Fahrradfahrer. Und ein ganz wichtiges Thema, es wird immer mehr Verkehrssicherheit gebaut. Das heißt, es werden immer mehr von Jahr zu Jahr Radwege ausgebaut und dadurch wird natürlich das Radfahren erst recht sicherer gemacht.